Fröhliche Weihnacht überall, tönt es durch die Lüfte froh. Was schaut ihr denn so trübsinnig? Hat euch das Weihnachtsfieber noch nicht gepackt? Also ich, ich freue mich ja schon auf Weihnachten, wenn nur schon die Tage kürzer werden. Die Ernte ist endlich eingebracht. Das Korn lagert unter dem Dach. Ach, jetzt beginnen die gemütlichen Abende in unserer Spinnstube. Da sitzen wir alle gemeinsam und singen schöne Lieder und erzählen uns gruselige Geschichten. Was macht ihr denn so an den langen Winterabenden zu Hause? Erzählt ihr euch auch Geschichten? Ich weiß was für euch. Kommt zu uns, Theodobu Weihnachtsführung nach Büdingen. Rönig dich. Ciao. Ciao.